Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HSBC Daily Trading TV. Herzlich willkommen hier aus Düsseldorf. Ja, das Börsenjahr 2022 ist an den Aktienmärkten ein sehr, sehr herausforderndes und es bleibt auch herausfordernd. Der DAX notiert mittlerweile knapp 20 Prozent unter Wasser und noch ein bisschen schlechter sieht die Ausgangslage bei der zweiten Reihe aus. Denn der MDAX hat mittlerweile einen Kursabschlag seit Jahresbeginn von 32 Prozent aufsummiert. Also dort ist die Situation noch ein bisschen schwieriger als beim großen Bruder. Und apropos schwierige Situation, der MDAX hat zuletzt tatsächlich auch nochmal neues Verlaufstief hinnehmen müssen mit 23.725 Punkten. Und damit ist die zweite Reihe ein Schritt weiter als der große Bruder. Denn das korrespondierende DAX-Level, die bisherigen Jahrestiefs 12.400 Zähler, die haben beim DAX zumindest noch Bestand. Und das zeigt, wie herausfordernd die Situation beim MDAX sich derzeit gestaltet. Und dann habe ich noch gar nichts zum mitgebrachten Monatschart erzählt. Da machen wir jetzt den Deep Dive. Und bei dieser langfristigen Chartbetrachtung über die letzten gut 10, 12, 13 Jahre sticht sofort der Basisaufwärtstrend seit März 2009 ins Auge. Der verläuft aktuell bei 24.699 Punkten und wackelt derzeit doch ganz beträchtlich. Der steht absolut im Feuer. Und diese Auseinandersetzung mit diesem langfristigen Aufwärtstrend, die wird dokumentiert und unterstrichen durch Situationen in anderen Zeitebenen. Denn im Tagesbereich, im kurzfristigen Chart, haben wir zuletzt einen Abwärtsgap gerissen. 24.400 zu 24.200 Punkte. Im Wochenbereich steht ein negatives Kerzenmuster in Form eines Bärisch in Galfing zu Buche. Und das alles unterstreicht den Kampf dieser Trendlinie und dass dieser Basisaufwärtstrend seit 2009 wirklich derzeit massiv im Feuer steht. Ein nachhaltiger Trendbruch besitzt aber noch eine zweite Dimension. Und diese zusätzliche Dimension zeigt auch hoffentlich der mitgebrachte Chart. Denn im Zusammenspiel mit der Trendlinie, die man über die Hochs konstruieren kann, entsteht ein klassischer bärischer Keil. Und das wäre dann sozusagen das nächste negative charttechnische Muster, das hier beim MDAX droht, kompletiert zu werden. Deswegen im Moment ganz klar die Suche nach den Unterstützungen. Und wo liegen die nächsten Auffangmarken, die nächsten Haltezonen? Da sind zunächst einmal die Hochs der Jahre 2015 und 2016 zu nennen, rund 21.700 Punkte. Und knapp darunter das Jahrestief von 2018, 21.200 Punkte. Das sind beim MDAX die nächsten Unterstützungen. Und auf der Oberseite, da müsste der MDAX ganz klar diesen viel diskutierten Basisaufwärtstrend seit 2009 zurückerobern. Zur Erinnerung 24.699 Punkte. Das ist ein Must-Have, das ist die zwingende Ausgangsvoraussetzung, um über eine stabile Entwicklung im vierten Quartal und ein versöhnliches Jahresende bei den deutschen Mid-Caps philosophieren zu können. Und ich glaube, das war ein ganz gutes Schlussfazit für die heutige Sendung. Also MDAX noch ein bisschen schlechter als der große Bruder und vor allen Dingen der Basisaufwärtstrend seit 2009, derzeit die entscheidende charttechnische Größe. Und damit bin ich am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Und Tschüss aus Düsseldorf. Untertitelung des ZDF, 2020